so guten tag leuten kommt zurück zu einer weiteren folge Let's Play Minecraft Snapshot 13w 38c inzwischen schon es hat sich schon in dem kleinen Display an sich schon dreimal geändert ziemlich heftig die machen auch gerade irgendwie Rekorde damit habe ich das Gefühl irgendwie fast wöchentlich ein Snapshot rausbringen aber finde ich ja cool irgendwie finde ich gut dass ich auch mal so ein bisschen was er bei Minecraft tut zwar nicht alles in die richtige Richtung aber naja Daniel seine eigenen Vorstellungen ich weiß auch gar nicht ich habe irgendwie das Gefühl ich kenne mir Minecraft jetzt mal so wie geht es euch denn damit weil ich kann mir Minecraft nicht fertig vorstellen überlegt mal wenn man irgendwann später wirklich das fertige Spiel hat und es keine Updates mehr gibt das wäre doch so langweilig da gibt es ja nichts Neues mehr zu entdecken irgendwann aber da denke ich mir oft so eigentlich will ich gar nicht dass das Spiel fertig wird ich möchte einfach dass es weiterentwickelt wird so wie es jetzt auch ist das ist eigentlich auch cool das ist eigentlich sehr interessant weil wenn man jetzt mal schaut wie viele sich auch immer über manche Snapshots beschweren äh nicht Snapshots sondern manche Versionen beschweren es gibt ja auch teilweise welche die auch ziemlich Mist waren aber oder dass da jeder hat natürlich immer so seine eigene Meinung aber das ich weiß nicht ich will das eigentlich so bleibt das schön aber ich habe da natürlich relativ wenig zu sagen aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet ob ihr Minecraft mehr so wie es jetzt irgendwie so als halbfertiges Spiel wo immer was dann gewerkelt wird ob ihr es so gut findet oder ob euch das zu große Umstellung jedes Mal ist und ihr es lieber endlich mal fertig haben wollt da darf ja jeder seine eigene Meinung haben ist so ähm ich würde ein Boot kraften eins ich muss die Farm da unten dringend erweitern dringend weil so geht mir echt schnell das Essen aus what the f-f-f-f-f-king-shit-offen das war blöde Idee da unten so dunkel zu machen ich weiß nicht wo die Creeper stehen das war eine Fackel die kommen hier gleich und wenn ich in die Luft fliege dann ist es halt so okay einer ist tot der andere ist da hinten shit nein ich habe den roten Pilz verloren äh ah okay gut war nicht der rote halleluja es war nur der braune das ist so vor so ja braunpilz und rotpilz mich an ich bin ich hab mit eh gemacht ich glaub ich hab das mit eh gemacht ne hä ich versteh nicht wie hab ich das hingekriegt ich mach das dann doch ohne zu wissen wie es geht Gott doch mal verwirrend egal juhl mehr Holz brauchen wir brauchen nicht mehr Holz wir wollen das Haus weiterbauen so rum war's das wird eh schon wieder nachtgleich so eine Tür bitte und die klatschen wir hier rein so war auch irgendwie so in der Art dann nochmal aufs Dach gehen und weiterbauen ein bisschen hier wollte ich Balkonen dran machen genau so 2 hier dran so einfach immer schon weiterbauen irgendwann wird da vielleicht doch mal was draus und wenn es nur so ein kleines Hütchen ist halt ähm so 1 2 so okay ich hab genug Holz ich hab gedacht wir müssten schon wieder gehen wie schnell und ich wollte grad schon sagen wie schnell verbraucht sich bitte das Holz aber naja geht schon kein Problem hier hoch was mach ich denn da bist du ja nicht im Fenster hin ich mach das mal so hier kommt kein Fenster hin da kommt der Balkon hin kann ich dann also auch alles zu machen ordentlich hier boah ne da lohnt sich gar nicht unbedingt ein Fenster außen soll ja nicht alles gleich aussehen das ist ja ein bisschen cool auch wenn es ein bisschen asymmetrisch ist so hier alles schön nochmal zu machen damit wir hier so ein kleines Dächchen zumindest drauf haben da kommt dann auch dann das Dach drauf und der Dachboden und dann bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem Häuschen wir werden erstmal neuere Gefilde aufmachen wo wir wahrscheinlich auch keine Hungerprobleme mehr leiden müssen wo das bisschen mehr so hart hab ich hier noch irgendwas ne erstmal schlafen gehen meine externe Festplatte blinkt gerade weil sie natürlich in Betrieb ist das sieht relativ witzig aus so disco mäßig einfach so da hinten geht grad der Mond unter gut äh was gibt es jetzt noch zu tun erstmal wir brauchen mehr Holz natürlich wir brauchen Sand dafür gehe ich jetzt grad mal ein bisschen Sand farmen dann sehe ich die Eisenrüstung lege ich erstmal weg weil ich eine komplette habe nicht dass ich hier irgendwie verhungere und dann mein Eisen verliere ach wir haben sogar noch Glas dann können wir das hier schon mal einsetzen das ist natürlich schön so hier wollte ich noch aufmachen ich frag mich wann die Musik sich wiederholen wird weil ich hab noch nicht so viele Musikstücke eigentlich drin bisher hab ich nur die paar von Pepperfield Music ah ich werd schon merken und wenn dann hol ich mir halt neue könnt ihr auch gerne mal Vorschläge machen welche Musik ihr ganz gut findet da wo geht's lang nach da unten genau oder nach da unten je nachdem wo ich jetzt hin möchte oder was ich zuerst machen möchte holen wir uns erstmal die Fenster dann haben wir die nächste Italie schon mal so ein bisschen fertig wir brauchen eh Stein für die Steintreppen im Musstach und dann nochmal Holz für Holztreppen das ist alles noch nicht ausgewachsen oder? das erkenne ich beim Textureback so schlecht ne sieht nicht so aus gut gut dann erstmal Sandfarm diesmal einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen vielleicht zum Stack oder irgendwie sowas boah das sollte eigentlich an sich passen Stack Sand mehr brauche ich eh nicht aber mehr sicherlich nicht weniger vielleicht aber haben wir halt ein bisschen Glas über müssen wir nicht so schnell wieder farmen gehen bin ich ja zufrieden mit vor allem bin ich dann auch endlich mal zufrieden wenn wir dieses Haus haben es hat es sieht zwar nicht wunderhübsch aus aber wir haben dann immerhin mal so ein kleines so einen kleinen Unterschlupf wo wir uns dann verstecken können und auch mal einen Besuch einladen können ich werde hier mal ganz kurz an der Stelle einen kleinen Cut machen und wir sehen uns gleich wieder so Leute geht schon weiter ich hab nur grad eben ja bei mir wär grad fast jemand reingekommen deswegen nur weiter geht's mit dem Sandfarmen das ist ja so unglaublich spannend aber naja ist ja nicht viel ihr müsst ja nicht viel aushalten das das einzige was ich aushalten muss ist dass ich dauernd verhungere gefällt mir nicht ich brauche echt mal irgendeine ordentliche Nahrungsquenne das mit dem Getreide ist so schön und gut aber es wächst so unglaublich langsam dass sich das kaum lohnt hm da muss ich mir glaube ich noch irgendwas besseres einfallen lassen aber Schweine und sowas gibt es hier halt nicht das Haus sieht von hier unten so hässlich aus vor allem weil es irgendwie so weit oben steht und dann ist es bisher so ein Block aber naja das ist halt Minecraft außerdem wird es noch schöner das verziere ich noch ein bisschen da brauchen wir auch nochmal ordentlich Treppen, Half-Steps was weiß ich für ein Scheiß alles Zeug halt Falltüren auch nochmal alles möglich halt wie macht man nochmal Falltüren da muss ich grad erstmal überlegen ich glaube die macht man achso ich hab kein Holz da irgendwie so halt mit Holz glaub ich zumindest so Sand schmelzen und dann Holzfällen gehen ne erstmal neue Steinachs machen würde ich sagen weil das macht sonst wenig Sinn so und da haben wir hier noch eine dann passt das gut wie viel Holz werden wir brauchen noch schon nochmal ein bisschen was vielleicht nochmal so 20 Rohholzen würde das eigentlich gehen obwohl ich brauch ja noch für die ganzen Treppen was ja auch ein bisschen mehr einmal wäre auch gut ach die Musik ist schön ich mag die die ist nicht die ist nicht so unglaublich hektisch und also eher klassische Musik was da ist so ein paar etwas ja etwas neuere Musikstücke wäre natürlich vielleicht auch gut aber es ist ja nicht so dass sie nicht neu werden aber es ist halt eher nicht so ja kein Dubstep oder was weiß ich was nicht ich muss dazu geben ich bin jemand der nicht so wirklich viel Musik gehört eigentlich an sich weil ich ja schon ein bisschen was immer aber wenn dann eigentlich nicht viel ich habe einen iPod mit dem ich eigentlich hauptsächlich ehrlich gesagt auf YouTube Videos schaue und nichts anderes mache deswegen naja und irgendwie ich benutze ihn schon ab und zu zum Musikhören aber ich finde es halt meistens einfach so schlimm dass es so überteuert ist für jedes Musikstück halt 79 Cent hat man natürlich eine Weile was davon und ist ja nicht so dass es nur einmal benutzt aber trotzdem ich weiß nicht ich bin nicht so der Musikmensch ich mag es nebenbei immer ganz gerne aber ich bin jemand der sich nur mit Musik beschäftigen kann der hier zum Beispiel irgendwo rumliegen und Musik hören das geht nicht da wird mir langweilig ich brauche mehr Eichenholz da hinten ist noch was da hinten ist noch jede Menge oder hier Hallo ihr Schafe euch jetzt auch allen gut oder das ist ja schön vielleicht meine ich auch irgendwann mal so ein Leuchtturm noch hin das ist eigentlich auch ganz cool von der Idee her weil einfach da unten dann so an die Bucht so ein Leuchtturm hin klatschen und dann finde ich auch immer zurück wenn ich mit dem Boot fahr aber zumindest so in der Theorie ich werde es eh nicht über 16 Chunks sehen deswegen bringt es wenig aber Minecraft Logik ist nun mal Minecraft Logik nicht aber wie gesagt er kennt man schon mal mein Haus das ist ja etwas es ist zwar noch nicht so wunderhübsch aber man erkennt es das heißt ich verirr mich auch nicht mehr so leicht außerdem kenne ich ja langsam so ein bisschen in der Gegend aus zumindest in der näheren Umgebung es ist eigentlich immer so ganz interessant wie man sich am Anfang in der Minecraft Welt kein bisschen auskennt und dann prägt man sich irgendwann sogar Wege ein und Gebiete und alles mögliche irgendwann hat man dann so eine riesige Stadt weil man lang an der Welt baut allerdings ich hab glaube ich noch nie wirklich so lange an der Welt gebaut dass ich eine riesige Stadt hatte ich weiß noch aber es gab eine Survival Map aber die ich im Survival halt gebaut hab die fand ich echt cool und da hab ich auch gern dran gebaut aber irgendwann ist sie verloren gegangen weil die auch von einem USB aber weil die auf einem anderen Computer war und dann hab ich auch auf dem USB-Stick getan und dann hat irgendwas nicht geklappt und dann war sie weg war ich echt noch ein bisschen traurig weil da hat sich so ein richtig schönes kleines Dörfchen aufgebaut aber aber nicht so mein Krifftdörfchen so mit Kirche und alles sah echt nice aus und hat auch eine Monsterfall mit einem Sketsporner aber naja man kann nicht alles haben so hier hoch bitte mal wie viel Holz habe ich jetzt 28 Stück kann ich alles zu Holzbrettern machen kein Problem Garnpaule brauche ich eh nicht ich verhungere schon wieder bald das geht ja mal gar nicht schauen wir nochmal runter zum Feld da müsste eigentlich inzwischen was nachgewachsen sein vorher war es ja fast fertig das werde ich auch erweitern wenn wir genug haben zum erweitern wow ein einziges Weizen ist fertig geworden das hat sich jetzt voll gelohnt hier runter zu laufen mhm egal ich will mich mal lieber nicht beschweren hauptsache ich das noch eins so und hier nochmal eine inzwischen rein ich könnte jetzt hier natürlich auch kurz warten bis es fertig ist aber das macht ehrlich gesagt wenig Sinn ich farm hier schon mal so ein bisschen ab ich mach das Gelände mal so ein bisschen flacher das ist auch damit wir hier ordentlich Platz haben hier vielleicht so ein paar Felder hin dann ein kleiner Bauernhof den Laberfall muss ich noch weg machen aber an sich ist glaube ich eine ganz witzige Idee ich werde nachher noch kurz hochlaufen und dann nochmal den Balkon fertig machen und dann wird nicht die Folge glaube ich aber erstmal mache ich hier noch kurz noch ein bisschen mehr Platz hin aber ich brauche dann eh glaube ich ein ähm neue Wasserrinne ja genau einmal habe ich hier glaube ich noch irgendwo oben so wenig Eisen wie ich habe ich mir nicht mehr die leichten lassen neun zu machen da möchte ich mal ein bisschen suchen gehen so Wasser well Wasser hält vier Felder das heißt hier nochmal eins, zwei, drei, vier und dann kommt hier nämlich dann nochmal eine Furch hier rein in die Erde wo dann das Wasser durchfließen kann damit das hier auch alles schön bewässert wird mit möglichst wenig Platzverbrauch möglichst große Felder machen so ich bin eh gespannt wie ich das machen werde weil letztendlich dieses Gebirge begrenzt den Platz den man hat halt wirklich extrem aber da kann ich jetzt nicht mal sagen ja okay wenn ich hier fertig bin dann baue ich halt noch das ganze Ge... äh dann baue ich hier noch so ein bisschen weiter weil hier ist das Gebirge im Weg und das abzubauen habe ich echt sehr wenig Bock so der Baum ist schon gewachsen hier auch schon so ein bisschen ja doch langsam wird unser Haus langsam wird's so ich möchte erstmal ein paar Zäune haben das sind so viele und dann hier noch mal vier Stück reichen nicht leider machen wir mal acht hier und das reicht für wie viele Zäune zwölf Stück das muss reichen dann kommt oben der Balkon hin und dann das Dach so der wird ja nicht groß irgendwie so und dann da geht's und dann geht's und dann geht's dann geht's mit dem Bis zum nächsten Mal.